9. Februar 2021, Dienstag, Karlsplatz Stachus, U-Bahn, um 16 Uhr 28, 29 Uhr. 11 Uhr 20. Februar 2021, Dienstag, Karlsplatz Stachus, U-Bahn, um 16 Uhr. Untertitelung. BR 2018 Anlass 2, bitte nicht hineinsteigen. Zurückwenden. Nächster Halt, Hirschgarten. Im öffentlichen Nahverkehr Bayern gilt die Pflicht zum Tragen an der FFP2-Maske. Sowohl in allen Verkehrsmitteln als auch in Bahnhöfen, an Bahnsteigen und Haltestellen. Vielen Dank. Anlass 2, bitte nicht. Aber jetzt auch zurückwenden. Anlass 2, bitte nicht. Anlass 2, bitte nicht. Anlass 2, bitte nicht. Wie fühlt das aus? Zurück.